Starboss Jedi Order and Order Hi Freunde, willkommen zu Starboss Jedi Order and Order Und zwar hier auf Datum hier sind wir ja erstmal soweit fertig Den Punkt, also den Auftrag, den wir hier erledigen sollten, haben wir gemacht Wir haben das Echo gefunden Und das geht gleich weiter zum nächsten Planeten Und was dann? Wie geht's dir? Alles gut, aber es war klar, dass wir nicht willkommen sind Die waren nicht allein Die Brüder der Nacht? Ich glaub schon Es gibt noch mehr davon Ich weiß nicht viel, aber Cordoba sagte Die Brüder der Nacht dienen den Hexen von Datum hier Ein Glück, dass du noch lebst Können wir bitte starten? Wäre eine Option Wir können später zurückkommen, wenn du nicht bereit bist Ja, dann geht's jetzt los Auf nach Sephor Ja, hier haben wir auch keinen Auftrag mehr Hier sehen wir es ja auch anhand der Legende Oder doch Hä? Verstehe ich jetzt nicht Ne So, doch So, reisen Natürlich will ich reisen Dann geht's mal auf nach Sephor Und wie kann ich mich hinsetzen? Geht jetzt nicht, oder was? Weil die quatschen, oder wie? Reden Sie von Meister Yoda Ja, ja Der ist wirklich eine Legende Moment, was? Ja, nein, nein Ich rede von Meister Regatta Hä? Geht nicht Geht nicht Ist das jetzt verpackt, oder was? Hä? Verstehe ich nicht Dann gehe ich nochmal kurz Ach, zur Landung? Ja, toll Da unten tobt ein heftiger Sturm Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen Ja, da stimmt was Diese Winde stören unsere Kommunikation Hey, Cordover hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte Dann müssen wir dort hin Ja, verstanden Ein paar Rumpler wirst du noch ertragen, Kleiner Außer der Wind frischt auf Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung Natürlich ist es das, nur etwas knifflig Okay, festhalten, festhalten, festhalten Okay, festhalten, festhalten, festhalten Ah, perfekte Landung Greasing Brinks, Baby Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute Ich such bis dahin nach Spuren von Cordover Gut Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert Herr, hier drüben Wo ist denn der andere jetzt hin? Vielleicht hat er ja noch was zu erzählen Gute Arbeit auf Pogano Je mehr Infos wir über Cordover und die Sefo sammeln, desto eher könnte das entfernen stürzen Ich brauche eine Sekunde Der andere, wo ist der? Hm Na gut, egal Da ist der hier wieder Hä? Der ist anscheinend verschwunden Na gut, auch egal, oder? So, da geht es mal auf Erkunden wir mal Sefo Und hier haben wir auch schon eine Truhe gefunden, richtig nice Neuer BD1 Skin erhalten Sehr geil Den denke ich werden wir da mal in der nächsten Folge mal aufskillen Finden wir hier außenrum noch was? Nö Hätte ja sein können So, dann mal los Hier mal hin zur Tür Naja, ist bestimmt wieder eine Abkürzung oder sowas Denke ich mal, wenn die alle schon wieder verschlossen sind Oh, hier ist ein alter Hangar Komm her BD1 Und die Mucke ist ja auch mal richtig geil, ne? Also grafisch und von der Star Wars Musik her und alles Und vom Story Aufbau gefällt mir das richtig geil Na, die ist auch verriegelt Shit Ah, geil, hier ist noch eine Kiste Die nehmen wir auch gleich nochmal mit Neues Poncho Material erhalten Ja, nice Zeig mal her Ja, geil Den nehmen wir gleich mal mit Gefällt mir gut Haben wir gleich einen neuen Lookout noch Perfekt Gibt es hier sonst noch was? Nö Na gut, den Hangar hier haben wir soweit besichtigt Dann gehen wir mal raus hier Und gucken mal, wo es hier noch was zu tun gibt Kommen wir da nach oben? Wahrscheinlich nicht Ah, hier können wir lang Und zwar verfolgen wir ja hier Hier die Geschichte eines Ehepärchens Oder beziehungsweise einer Familie Die zu Zeiten des Krieges geflüchtet sind Bumm Zwei Hälften Willst du mich mit mir anlegen oder was? Wir können einmal da lang und wir können einmal hier lang Ich geh mal hier hoch, vielleicht kriegen wir die Tür auf WDR 1 Ne Auch verschlossen Mist Ich dachte mal, wir finden ein Geheimnis oder sowas Na gut, dann müssen wir doch hier lang Richtig geil das Spiel, ey Holt es euch auf jeden Fall, ist es auf jeden Fall Einkauf wert Wirds tun? Brille hier nicht so rum So Scan Skars verfügt über zwei Angriffe Beißt der Beute in die Ferse oder stürzt sich mit einem Sprung auf sie, der nicht geblockt werden kann Alles Fresser, die ihre Beute umzingeln, nachdem sie diese in die Enge getrieben haben Interessant zu wissen Na gut, da gehts weiter Aber da oben auch Von wo sind wir denn gekommen? Von da, ne? Na gut, wir haben hier zwei Wege jetzt erstmal Ich werde erstmal hier lang schauen Vielleicht finden wir ja hier mal was Tatsache Na gut, da kommen wir nicht rüber What? Hä? Ja alles klar gut, das hat sich Erledigt Müssen wir doch den anderen Weg hier nehmen So Ah, ja klar Müssen wir jetzt hier an der Wand lang klatschen Jetzt hier runter Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier finden Ja, die ist bestimmt wieder verschlossen Oh Ja, nice Jetzt haben wir hier die Abkürzung freigeschaltet Das ist gut zu wissen Von hier sind wir gekommen Von hier sind wir gekommen Und können wir jetzt hier lang Oh, Sturmtruppler Immer in Bewegung bleiben Komm her Tschüss Hast sich mit dem Falschen angelegt Ah, verlassenes Dorf Ja, guck mal, ich habe auch gleich einen Abschluss, sogar zwei hier Was? Ich sehe es mir an Scout Trooper, also Scharfschützen sogar Kann einige Angriffe mit Lichtschwertern blocken Hält aber nicht allzu lange Stand Im Einzelkampf vielleicht zu besiegen, aber in Gruppen gefährlich Alles klar Was haben wir denn hier? Echo Ja, geil Ja gut, durch die Tür kommen wir nicht Getrennt Die Dorfbewohner auf Sepho Eine Tasche, die eine Familie zurückließ, als sie getrennt wurde Der Vater sorgte für die Ablenkungsmanöver, wodurch die Mutter mit ihrem Kind entkommen konnte Ja, anscheinend zu Kriegszeiten Sieht man hier deswegen auch die ganzen Scout Trooper Ja, ich komme noch nicht, doch hier bin ich guck Zack, weg Noch ein Wunsch Hehehe Habt ihr denn überhaupt was drauf, Jungs? Ich, ich, ich sehe dich ja das bin ich kann ich nicht besiegen hat witzpille finish verdammter feigling der gut kämpfen kann würde ich mal behaupten oder nicht was ist das eine art half pipe oder was guck mal scannen warnung imperiale ausgrabung dieser bereich ist gesperrt imperialer code 94364 kein verkauf oder handel was die hier noch alles so für sich einheimischen wollen ist ja unglaublich ja noch eine kiste sehr nice neues outfit material erhalten ja geil tschüss hahaha ich höre auch niemals auf freundchen was los bd1 du wolltest sowas sagen so jawohl hier geht es weiter verdammt was die klappe dann ist noch eine kiste richtig richtig geil neue lichtschwert hülse erhalten perfekt so dann geht es hier mal weiter die haben wir richtig schön ausgeschaltet sturmtruppler können in großer zahl sehr effizient angreifen ein lichtschwert wirft schüsse auf sie zurück alles nur und das hat die ja echt gerade voll schlecht geredet so in dem sinne ja so wie du hierher gekommen ist da geht es auch noch mal rüber gucken was wir hier haben und meditations ort ja dann speichern war mal gut fähigkeit punkten kann man noch nicht dann ruhen wir uns mal ausladen macht und energie wieder auf sehr schön und dann würde ich sagen und sehen uns dann im nächsten part wieder haut rein und dann